Ihr tragt das Zeichen. Ihr seid verflucht. Ihr müsst eure Hände auf den Stein legen. Akzeptiert euer Schicksal. Sprichst du mit mir? Was könnte man jemandem ins Auge sprühen? Als letztes Mittel. Hey, bleib wo du bist! Ein Stück Kaugummi? Mehr ist nicht drin? Mal sehen, was ich darunter befinde. Beruft ihr euch jetzt auf euer Recht zu schweigen? Sie kommen. Sie haben die Welt bereits verdorben mit ihren Krampen vergeben. Ihr wurdet erwählt. Ihr tragt das Zeichen. Ihr seid verflucht. Hey, wer zum Teufel spricht da? Weißt du, was hier los ist? Ich bin ein Stück Kaugummi. Ich bin im Dienst dreimal angeschossen worden. Ein kleiner Kratzer macht mir keine Angst. Nur indem man die Bestie ruft, kann man die Dinge finden, die man braucht. Man muss das Unentdeckte entdecken. Das ist doch ein Kinderspielzeug. Allerdings ohne Kinder. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert noch. Leicht verschont vor ihrem rechtmäßigen Platz. Viele der Seelen, die sie gewohnt haben, haben sich der Dunkelheit gebombt. Sind nur noch Echos ihrer selbst, gefangen in einem zerbrochenen Schatten der Realität. Warte mal. Du meinst, diese Leichen sind die Einwohner dieser Stadt? Wichser. So leicht geh ich nicht unter. Das muss doch was Gutes sein. Ihr habt Blut an den Händen. Es kann nicht abgewachen werden. Eure Sünden haben anderen den Zutritt zu eurer Welt erlaubt. Wie bringen wir alles wieder in den alten Zustand? Nur ein weiteres Opfer wird ihre Wunder stehen. Diese Gegend ist verdammt. Ich brauche dringend mehr Munition. Mach keinen Scheiß mit mir! Gänsterkill! Gänsterkill! Ich überspring mal die rechte Verlesung und leg euch alle gleich um. Was soll ich sagen? Ich ziehe jeden Scheiß durch. Es gibt nicht viel, was ich weniger brauche. Außer vielleicht durchfahren. Du bist fertig, Kumpel. Fertig! Du hast echt Nerven, Monster. Scheiße, ich dachte, ich hätte noch mehr Kugeln. Hast du nichts besseres zu tun? Maximale Munition! Hey, klasse! Gratis-Munition! Warum hast du getötet? Ich habe viele getötet. Bösewichte. Geht das nicht vielleicht ein bisschen genauer? Diese Maschinen, haben die eine stetische Genehmigung? Maximale Munition! Na Gott sei Dank, es wurde auch schon knapp. Das wirst du bereuen, und zwar bald! Nimm deine dreckigen Klauen weg, Freak! Schreiner! Die Barrikaden sind alles, was zwischen uns und ihnen steht. Scheiße! Was? Willst du, dass ich dich langsam umbring? Du versuchst, mich mit dir runterzuziehen? Du versuchst, mich mit dir runterzuziehen? Was? Willst du, dass ich dich langsam umbring? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber ist der scheiß giftig? Ich kann dir nur helfen, wenn du gestehst. Nur durch Akzeptanz kann man das Zeichen entfernen. Das klingt, als gäbe es einen gewaltigen Zahltag. Ich kann, als wäre es bei dieser Zeit, wenn du an diese Zeit für dich langsam umgelegen Wirt aufkippen, dass du aber auch nicht in die Zeit wirst. dass du dich hammernest, wirst du vor,